Hallo Freunde aus aller Welt, es sind drei Wochen rum, so sehe ich aus, ja, und Resümee nach drei Wochen ohne Cola, wobei ich ja fast immer noch so gegessen habe wie vorher, ne. Ja, stellen wir uns auf die Waage, es ist wieder Freitag, drei Wochen sind rum, wir schauen mal was die Waage sagt, tja, seid mal gespannt, hier haben wir die Waage, so machen wir sie mal an, es sind drei Wochen rum, viele haben gesagt, es ist ja gar nichts was ich abgenommen habe, gar nichts, naja, würde ich jetzt nicht behaupten, was sagen wir, 94,1. 8 Kilo, 94,8 Kilo, also ich bin zufrieden, damit muss ich sagen, ich persönlich bin damit zufrieden, Freunde, 94 Kilo, ja, ich bin zufrieden, also, wie gesagt, klar, Bauch ist da, Speck ist auch hier, kann ja nicht weg sein, da müsste ich alles einziehen, ne, dann wäre es so, ja, so wäre die Wunschfigur, sag ich mal, also muss ich noch ein bisschen Sport machen, ne, eine Woche haben wir noch abzunehmen, mal sehen, ob wir die 9 auch wegkriegen noch oder nicht, weiß ich nicht, schön wäre es, wenn eine 8 vorne stehen würde und nicht mehr eine 9, aber, ja, so ist es halt, man muss es nicht übertreiben, wie viele geschrieben haben, oh, du nimmst ja nicht zu viel ab, wenn du so fettig weiterest und jenes und jenes, naja, von 102,7 oder was das war, 102 Kilo, irgendwas, ne, würde ich sagen, 8 Kilo fast abgenommen, also, ja, in 3 Wochen, also, liken, wer mag, wer nicht, nicht, euer Matthias und das war das Freitagsvideo, das Abnahmevideo sozusagen, Info, egal, wie auch immer, bis die Tage, ciao, ciao.